So meine Damen und Herren, wir reichen hier dann Essen am Bahnhof der ausschiebenden Fahrtrichtung links. Debatten Sie noch einmal aufgrund der ärztlichen Versorgung eines Fahrtgastes, ob Sie unsere Abfahrt hier in Essen noch um ca. 10-15 Minuten verzögern. Ich ruhe hier nochmals aufgrund der ärztlichen Versorgung eines Fahrtgastes, ob Sie unsere Abfahrt hier in Essen noch um ca. 10-15 Minuten verzögern.